Hallo und willkommen auf dem Kanal Sky Bundesliga 2. Können Sie das Spiel live verfolgen des 33. Spieltags der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, diesen Samstag 11. Mai 2024 um 15.30 Uhr. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!